ja hallo liebe weinfreunde hallo ja keller ist heute zu kalt ja und wir haben gesagt wir haben zwischen lang versprochen mal wieder eine folge zu machen weinbau weinbau aus frankreich frankreich die zwar angst vor den deutschen inzwischen haben bei rotwein ja aber schauen wir mal region bordeaux obwohl bordeaux da reden wir uns immer ziemlich leicht weil das ist eine riesige weinregion ich habe da mal nachgelesen haben also über 100.000 hektar wenn du überlegst das ist so groß wie der ganze weinbau in deutschland und darum haben wir gedacht wir nehmen auch mal zwei weine aus unterschiedlichen regionen erste region erste region santa million santa million das chateau grand baray la marcelle die jacques ein santa million grand cru von 2011 ist noch ein bisschen jung aber wir schauen mal oder also also wenn ich das schon so rein riech'r ist sehr melreh-lastig ja also der temche zu kraft2 grülish und so Also der Wein ist sehr kirschig, hat 75% Merlot, also die Region ist eigentlich sehr bekannt dafür, für einen sehr hohen Merlot-Anteil und 25% sind Cabernet Franc, also ohne Cabernet Sauvignon. Also eigentlich relativ untypisch. Ja, für die Region ist es typisch. Es ist halt nicht die Standard-Bordeaux-Komposition. Ja, so heißt es ja immer aus drei Rebsorten meistens, aber hier sind nur die zwei drin. Kommt auch aus dem Barrick. Ja, schon. Ich weiß, es ist schon so nach dunklen Beeren, ne? Aber ich finde auch nach Kirsche. Hm, habe ich schon gesagt, ja. Ah, ah, tschuldigung. So, so schwarze. So gehört er mir zu, das ist super echt. Das ist ein schönes Schwarzer, so die, diese... Ja, sehr tanninreich. Ich habe den jetzt irgendwie, ich hätte mir den weicher vorgestellt. Ja. Es ist noch ein bisschen zu jung. Ich glaube, zwei Jahre sollte man schon noch im Keller liegen lassen. Hat, glaube ich, auch ein ziemliches Alterungspotenzial. Mhm. Aber ich muss sagen, Mhm. Hat was. Ja, ich merke auch, also ich merke es immer wieder, bei Rotwein bin ich eigentlich schon eher der Franzosenmensch und weniger der Italiener. Mhm. Ich bin da wirklich mehr so, also Spanier finde ich auch. Aber so Italien hat mich noch nicht so richtig viel überzeugt. Außer so Ornelaya oder so, das habe ich, das hat mir schon geschmeckt. Oder Antinianello. Naja, aber so bei, in unserer Liste, sind unter den Spitzenweinen zwei Italiener. Also, ich glaube, Rotwein in Italien, da können wir ja mal wieder was machen. Mhm. Ist auch sehr vielschichtig. Mhm. Also, ich habe, also ich bin jetzt vor allem eben so mit Chianti, also zum Chianti, da habe ich irgendwie ein gespaltenes Verhältnis. Es ist nicht so meins. Es gibt viele, ich mag ja Chianti. Aber es gibt da riesige Unterschiede. Also, gar nicht mal so sehr preislich, aber qualitativ. Ja, aber bleiben wir doch lieber bei denen. Bleiben wir mal bei denen. Das Holz, das Holz ist mir zu heftig. Er hat auch sehr viel, sehr viel Tannin. Mhm. Ist jetzt preislich. Ist jetzt so zwischen 20 und 25. 25 oder so was. Also, wir schauen, dass wir die Bordeauxs überwiegend in dem Bereich finden. Das ist einfach finanzierbar. Wir wollen ja auch nicht, ja, wir könnten natürlich auch irgendwie an die oberen Preisregionen gehen, aber das würde uns am Budget nicht so richtig finden. Wenn wir das steuerlich abschreiben könnten vielleicht. Das wäre doch mal eine Idee. Ha? Liebe Steuerberater, gebt uns doch mal ein paar Tipps. Ist schön, hat auch Potenzial, aber vom aktuellen Stand, ja, da ist er mir zu ungestüm. Ja, also er braucht noch ein paar Jahre auf der Flasche, aber hat eigentlich gute Voraussetzungen. Ja, in dem jetzigen, aber über 40 ist er. Also das auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, ähm, ja, ich würde ihn so. Na, warten wir mal. Probieren wir erst mal den zweiten. Zweiter Wein, hältst du ihn in die Kamera? Gerne. Also, Chateau Cabern, äh, Gas Couton. Lange Namen, warte. Weinregion Sante Steff. Mhm. Und da haben wir... Da habe ich mal gehört, dass die bessere Böden haben. Und deswegen nicht so steinig sind. Und deswegen sind es eher so Lehmböden dort. Ja, ja. Das ist in der Region eher Lehmböden. Ja, in dein Glas komme ich gerade nach dran. Ich auch nicht. Und das ist jetzt ein 2008er. Preislich sind wir in der gleichen Region. Das ist sogar eine Spur billiger, glaube ich. Ja? Ich glaube, 5 Euro oder so billiger. Das Interessante ist, der, äh, der, äh, der, äh, Bann, der hinter dem Wein steht, das ist, äh, ist also ein bekannter Weinmacher in Frankreich, arbeitet, äh, für das Chateau, äh, Calon-Ségue. Mhm. Und, ähm, also das ist schon, glaube ich, eine preiswerte Alternative für die, die ihren Geldbeutel ein bisschen schonen wollen. Mhm. Ist jetzt, ganz klassisch mit drei Rebsorten, hat also so immer zwischen 25, äh, äh, 25, 30 Prozent Melo ist drin. Da haben wir so circa 60 Prozent Cabernet Sauvignon. Mhm. Und dann halt noch 5 bis, äh, 10 bis 15 Cabernet Franc. Mathe war ja noch nie so meins. Naja. Wer braucht schon Mathe? Wer braucht das? Äh, ich finde, der ist jetzt... Der wird runder schon. Runder und ausgewogen, ne? Es liegt ja auch schon, ja, ein bisschen länger auf der Flasche. Mhm. Also, San Testev ist vielleicht ganz interessant. Das ist von der Region Poyac nur durch einen Bach getrennt. Das ist also Nachbarregion. Und, äh... Ist direkt im nördlichen Ende von Bordeaux, oder? Mhm. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Also, die Region ist, glaube ich, da nördliches Ende vom Oud Medoc. Mhm. Und... Mhm. Also, der... Der riecht jetzt wesentlich kirschiger als der erste, ne? Wesentlich mehr. Chateau Poyac. Kann ich den Namen irgendwoher aus Die 2, kann das sein? Projekt? Ähm... Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber irgendwie, erste Folge von Die 2, da kam doch irgendwas mit einem Weingut. Und da haben sie eine Weinprobe gemacht. Ja, ja, das war eine sehr sympathische Szene übrigens. Nutzen wir die Zeit doch für eine Weinprobe. Schwesterchens Mutter mal. Ja, super Folge. Übrigens, Die 2, sehr empfehlenswert. Das ist cool, aber nur die deutsche Version. Ja. Auf Englisch irgendwie... Auf Englisch eher langweilig, aber die deutsche Synchronisation... Damals war Synchronisation noch spitze. Also... Heutzutage ist es ja eher umgekehrt. Äh... Ich schaue mir die Filme meistens dann doch lieber im Original an. Weil es einfach irgendwie doch besser ist. Weil ich irgendwie von den deutschen Synchronfassungen inzwischen ein bisschen enttäuscht bin. Aber bleiben wir wieder beim Wein, bevor wir abschweifen. Okay. Also hier merkt man den höheren Anteil vom Cabernet Sauvignon. Neben der Kirsche kommt das Cassis, ne? Also die schwarze Johannisbeere. Und ich finde, der ist irgendwie rund. Den du den so trinkst... Der ist länger im Keller gewesen. Ja, der ist einfach richtig schön... Schöner Wein. Der ist echt... Also... Allein vom ersten Eindruck hier... Sieger des Abends heute. Ja. Der ist rund. Der ist... Lecker. Da kann man sich auch vorstellen, dass man vielleicht in eine Burgerbude geht. Und den dann unterm Tisch so heimlich... Ein Burger wäre keine schlechte Idee heute, gell? Ja. Ein guter Burger. Wenn der gut gemacht ist, ist der schon lecker. Also nicht dieses Pappzeug, sag. Nein, 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 richtig schön. Richtig frischer. Und dann... Aber der Wein gefällt mir sehr. Der fließt weich hier runter. Er ist für kranke Leute. Ich trinke den auch. Also... Vielleicht sollten wir öfters Bordeaux trinken. Ich habe gehört, wir haben da so ein paar Flaschen im Keller ist am neuesten. Naja, es wird nicht die einzige Bordeaux-Sendung bleiben. So von Zeit zu Zeit streuen wir da mal eine ein. Und ich muss sagen, die zwei gefallen mir sehr gut. Den Chateau Grand Barreille. Dem ersten. Also den ersten, Lamarcel Fijac. Den muss man noch einlagern. Ich glaube, dann wird er auch gut. Ich glaube, dann wird er auch gut. Ich würde so... Aktueller Stand... Anfang der 40. Anfang der 40 der Chateau Capon Gasqueton. Gasqueton. Äh, Gasqueton. Gasqueton. Der Mitte der 40, würde ich schon sagen. Ja, wirklich. Zwischen 43 und 44. Ja, ja. Da sehe ich ihn auch. 44. 44 hat er. Und der andere? Ja, 41, würde ich im Moment sagen. Das passt. Also beide haben aber auch noch so eine Note nach Nougat, finde ich. Also nicht nur die Frucht. Das sind beide viele. Weil hier, hier kommt jetzt immer mehr. Ja, der ist... Der ist Bombe. Der gefällt mir. Ja, das ist doch ein guter Abschluss für eine 234er Folge. Sind wir schon bei 234? 235 kommt dann am Wochenende. Am Wochenende. Mhm. Da kommt was Spezielles, gell? Das könnte passieren. Noch spezieller als Bordeaux. Noch spezieller als Bordeaux. Und, äh, ja. Ja, wir verraten nicht zu viel. Das werdet ihr dann am Samstag sehen. Aber auf jeden Fall. Fließgeschwindigkeit ist auch gut. Ja, der kann aber auch noch fliegen. Also das sind beides Weine. Die dürfen... Zehn Jahre liegen. Locker. Kein Problem. Aber... Potenzial ist jetzt schon da. Und, ja. Wir geben jetzt einfach mir mal eine Werner-Wiener-Trink-Empfehlung. Für den ersten... Äh, für den zweiten. Ja. Ja. Der erste hat erstmal eine Lagerempfehlung. Genau. Und der zweite, den kann man jetzt schön trinken. Vor allen Dingen, der passt so ziemlich viel. Und... Ja. Also vielleicht kann ab und zu Bordeaux doch eine Alternative zu Bourgogne sein. Naja. Na doch, schon. Schon. Also mir gefällt der sehr gut. Ja. Und ich versuche den Grat so zu vergleichen mit internationalen Weinen, die auch diese Cuvée-Richtung haben. Das ist schon... Da ist er schon eigen. Ja. Also... Aber ich finde trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel aus Österreich so einen in der Art habe, wenn da halt Zweige drin ist, der ist wilder. Finde ich. Ja. Ich finde, der ist wilder. Und der ist einfach sanfter. Der ist einfach wunderbar und sanfter. Und... Passt. Ne? Also, uns würden auch eure... Eure Erfahrungen mit Bordeaux. Erfahrungen mit Bordeaux etc. Und vielleicht kennt ihr die Weine ja auch schon. Ja. Vielleicht habt ihr es ja mal probiert. Ich meine, sie sind durchaus im bezahlbaren... Ja. Für uns waren sie jetzt neu. Dann schauen wir einfach mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Servus. Baba. Servus. Und... Ja. Untertitelung des ZDF, 2020